Ja hallo, herzlich willkommen. Heute werden Sie sich wahrscheinlich fragen, warum ich jetzt vor so einem großen Aquarium stehe und was das jetzt für einen Sinn machen soll und die Antwort ist ganz einfach, ich tue das, weil ich das kann. Seit ich nämlich Green Screen oder Chroma Key für meine Videos nutze, das ist eine spezielle Technik, seitdem kann ich eigentlich sein, wo ich möchte. Jetzt im Moment noch vor dem Aquarium, dann im selben Moment bin ich leider ein bisschen zu warm angezogen, direkt am Meer bei den Surfern, dann bin ich hinter einem, also vor einem wunderschönen Horizont, ich kann vor einem Berg sein, vor einem Wasserfall, ich kann wirklich sein, wo ich möchte und ich kann ganz einfach meine Message, die ich mitteilen möchte, das Ganze vor einer schönen weißen Wand macht, oder vor einer blauen Wand, ganz egal, wo ich sein möchte, das kann ich hier mitmachen mit dieser Green Screen Technik. Und ja, Sie kennen das wahrscheinlich aus meinem Video schon seit einiger Zeit, dass ich hier irgendwie technische Gründe hinter mir habe, aber dass teilweise die Qualität nicht ganz gut war, also ich experimentiere mit dieser Green Screen oder Chroma Key Technik schon einige Zeit, aber ich möchte Ihnen jetzt Schritt und Kleine Empfehlung abgeben, nämlich aus frontendem Grund. Hätte ich schon vor längerer Zeit den Videokurs von Ivan Galileo, das ist einer der absoluten Fach meiner in deutschsprachigen Raum für alle Fragen wie Videomarketing und Videos erstellen, von Kondau, ja, einfach einer der Experten sage ich jetzt mal, ich hätte jetzt fast die richtigen Worte nicht wirklich gefunden, aber ist einer der Experten und der hat einen eigenen Kurs für Green Screen geschrieben. Ja, der Kurs ist einfach klasse, ich habe zum Beispiel auch bei Ivan Galileo gelernt, wie ich in meinem eigenen virtuellen Studio stehen kann, dafür bin ich jetzt gerade, wenn Sie das einfach anschauen und ja, Sie sehen jetzt schon den Ivan hier neben mir und ich möchte Ihnen jetzt einen Tipp geben, wenn Sie Interesse haben, wenn es für Sie okay ist, mehr über diese Green Screen und Chroma Key Technik zu lernen, dann klicken Sie einfach jetzt auf den Link unter diesem Video. Dann kommen Sie zu einer Webseite, wo der Ivan in ca. 30 Minuten die Video-Endigung so unglaublich viele Mehrwerte gibt und Ihnen so viel über Green Screen bebringt, vor allem wie Sie dann danach mit diesen Videos Geld verdienen können, wie Sie selbst Ihre Ziele besser visualisieren können und so weiter. All das sehen Sie völlig kostenlos in diesem Video. Natürlich haben Sie dann im Anschluss auch die Möglichkeit, den Kurs für ganz kleines Geld zu erwerben und ja, wie gesagt, alles was Sie jetzt tun sollten, ist auf den Link unter diesem Video klicken, dann sehen Sie sich einfach mal ganz in Ruhe und entspannt dieses Video an, holen Sie sich eine Tasse Kaffee, genießen Sie diesen Vortrag und diese Show, die geben Ihnen Ihr Zeit und ziehen Sie sich so viel nützliche Tipps, wie Sie nur können, aus diesem kostenlosen Video, wie gesagt, wenn dann Ihre Begeisterung auch so geweckt ist, wie es dann bei mir war, dann können Sie einen Kurs für ganz kleines Geld kaufen. Aber jetzt zuerst mal auf diesen Link klicken. Ich kann nur eines sagen, hätte ich diesen Kurs schon vor längerer Zeit gekauft, hätte ich mir bei allen Fragen rund um Green Spring wirklich einiges an Fehlende erspart. Gut, also jetzt auf den Link klicken und ja, wir sehen uns immer im nächsten Video. Wiedersehen.